Bevor das Video losgeht, möchte ich euch nochmal sagen, dass ich mich sehr freuen würde, wenn ihr mich mehr supporten könntet, da ich mir wirklich schon eine sehr lange Zeit für meine Videos sehr viel Mühe gebe. Ich freue mich auf euch. Servus Leute und willkommen zu einem YouTube Video. Ich wollte mal ein bisschen anders starten. Mir hat wirklich die Motivation einige Tage lang gefehlt, hat man auch an einigen Videos bemerkt. So, was ist passiert? Ein paar YouTuber haben bereits Videos darüber gemacht. Drachenlord soll jetzt angeblich im Knast sein. So, was hat Drachenlord gemacht? Leute mit Basie geschlagen. Eine Person ist sogar zu ihm gefahren und er hat diese Person mit einer Taschlampe an den Kopf gehauen. Auf einer anderen Person hat er Steine geworfen. Also Backersteine oder normale Steine, ich weiß nicht, auf jeden Fall Steine. Polizisten beleidigt, bis er dann anschließend vor Gericht war und bis zu zwei Jahren hart verurteilt wurde. Polizisten waren sogar vor seinem Haus, weil Leute zu ihm gefahren sind, die natürlich mobben wollten. Leute haben ihn belästigt und sind zu ihm nach Hause gefahren, habe ich aber auch gerade schon erwähnt. Und deswegen hat er Polizeischutz gehabt. Bushido was? Nach dem Motto, die wollen ihn beschützen vor seinen Hater. Ich will gar nicht wissen, wie der sich anfühlt. Ohne Spaß. Das Krasse an der ganzen Situation war noch, als er vor Gericht war, hat eine andere Person einen Livestream gestartet mit über 100.000 Zuschauern, die ihn dabei zugeschaut haben, während er im Knast war, also nicht im Knast, vor Gericht war und die dort geredet haben. Und das wurde live aufgenommen und hatte über 100.000 Leute. Leute, die live waren, live zugeschaut haben. Versteht? Und bevor ich das vergesse, da waren noch einige Leute, wahrscheinlich Hater von Drachenlord, die mich als Rollstuhlfahrer wirklich sehr oft in den Kommentaren beleidigt haben. Ich habe da zwar schon ein Video darüber gemacht und die zurückbeleidigt, aber eine Sache muss ich echt sagen. Das waren wirklich richtige... Und diesmal zensiere ich meine Beleidigung wieder. Weil das ist mir scheiß die Grenze, wie ihr das findet. Ob ich beleidige oder nicht, juckt mich nicht. Das Video heißt nicht umsonst XXL. Rollstuhlfahrer nach dem Motto, dass ich behindert bin, dass ich im Rollstuhl sitze. Das hier ist kein Rollstuhl für Behinderte. Das ist ein ganz normaler Bürostuhl, den du an jeder Ecke für 50 Euro bekommst. Ganz billig. So billig für euer Leben. Und nicht 150 Euro oder 200 Euro, wenn wir schon dabei sind. Wie viel kostet ein Rollstuhl für Behinderte? Ui, ei, ei. Also so viel Geld hätte ich auch gerne. Kriegst du zwischen 1.000 und 4.000 Euro. Wenn ich so viel Geld hätte, ich hätte einiges damit angestellt, so viel Geld habe ich leider nicht. Das hier ist ein Bürostuhl. Das kriegst du überall im Geschäft. Besonders in Möbelgeschäften. Ja, genau, Möbelgeschäften. Da kriegst du so einen Bürostuhl. Hast du das verstanden, Hater? Oh, nee, ich mache jetzt nicht einen auf Drachenlord. Ich mache mich nur über die Leute lustig, die das gesagt haben. Und gleich werde ich alle Kommentare einblenden. Ah, da war mein Skript. Wo kommt der denn her? Also ich habe es gerade eben schon gesagt, aber ich glaube wirklich, dass es Drachenlord-Hater waren. Das waren irgendwelche Hater von Drachenlord, die mal ein Video gesehen haben, random. Das wurde vom Algorithma vorgeschlagen und hat deswegen fast 2.000 Klicks gemacht. Ich stelle es auf euch, ihr Behinderten-Söhne. Ach ja, übrigens, nicht gegen Behinderte. So kranke Leute gibt es heftig. Was hat Drachenlord für eine Community aufgebaut? Also nach dieser ganzen Aktion, Digga, da gab es einige Leute, die nicht mal einen Lattner-Zorn hatten. Andere Welt. Da ich den alten seinen von damals raus lassen wollte, habe ich einfach gedacht, Digga, mach einfach rund XXL wieder raus und beleidige dir einfach alle einzeln. Ob es mal ein Video wiedersehen ist mir auch scheißegal. Tatsache ist, ich beleidige euch, darum geht es ja. Ich beleidige somit aber nicht Drachenlord als Person, sondern die armen R***, die das so aufgeilt, ihn zu beleidigen. Weil er ja im Knast ist. Und warum ist er im Knast? Weil irgendwelche armseligen Leute, die nichts anderes in ihrem armen Leben zu tun haben, als so eine Person zu mobben, beleidigen, zu ihr nach Hause zu fahren. Alles mögliche. Also ich finde es sehr, sehr bitter, sehr, sehr schade, dass es solche Menschen auf der Welt gibt, die so eine Scheiße machen. Ihr habt echt nichts anderes zu tun in eurem Leben, als so eine Scheiße abzuziehen. Und das ist echt traurig. Das ist sehr traurig. Traurige Gesellschaft, muss ich echt sagen. Ihr könnt mal eine... Ich mache mich deswegen nur über die Leute lustig, weil sie einfach keine anderen Probleme haben. Sozusagen geht Drachenlord vor Gericht und auf zwei Jahre Knast angeblich, weil es solche Menschen gibt, die wirklich keine anderen Probleme haben. Die sollen wir uns am besten erklären. Diese Menschen haben einfach keine andere Beschäftigung. Die können sich einfach nicht anderweitig beschäftigen. Als so einen armen Kerl fertig zu machen. Könnt ihr einfach nicht. Das liegt auch eigentlich in der menschlichen Natur. Wenn es jemanden gibt, den man richtig provozieren kann, dann machen sie sich auch einen Teil der Menschheit lustig darüber und denken, dass sie damit was erreichen können. Und tatsächlich ist es dazu gekommen. Sie haben was erreicht. Drachenlord geht in den Knast. Er ist auf Bewährung. Oder was weiß ich, was da noch passiert. Also angeblich soll er auf Bewährung sein oder zwei Jahre Knast soll ihn drohen. Oder zwei Jahre Knast... Soll man das drohen? Ich weiß nicht. Aber ich muss euch zugeben, ich habe zwar ein Video gegen Drachenlord gemacht, aber sowas wünsche ich niemandem. Und mir ist es völlig egal, ob ihr das nicht intelligent findet, wie ich darauf reagiere. Kann jeder Mensch für sich selber wissen. Es gibt Menschen auf der Welt, die sind einfach mit sich selber nicht zufrieden und suchen einfach jemanden, den sie angreifen können. Den sie einfach schädigen können und alles. Meistens ist es deswegen, weil es ihnen selber nicht besser geht als die Person. Sehr schade. Man sollte ein bisschen erwachsenen nachdenken und dann sagen, ey, das geht so zu weit. Irgendwann ist Schluss. Da ist eine fette Ansage an die Hater von Drachenlord ist. Ich bin ein deutscher YouTuber. Ich mache YouTube seit ungefähr vier Jahren. Ich habe einiges schon erlebt auf YouTube. Aber dann in dem Fall würde ich die Kommentare dann deaktivieren, weil ich einfach nicht eine Pussy bin, sondern ich bin jemand, ich kann mir das nicht auf Dauer geben, okay? Will dem auch sein. Hier die Kommentare. Wenn du versuchst, das Game zu verändern, verändert sich nicht das Game. Das Game verändert dich. Etzla. Etzla. Das habe ich jetzt überhaupt nicht verstanden. Dein Kommentar dazu und 60 Likes. Ich fick deine 60 Likes. Das ist A richtig und B falsch. Was redest du da? Ich finde es sehr inspirierend und beachtenswert, dass du so gut mit beiden Beinen im Leben stehst, obwohl du im Rollstuhl sitzt. B****, Mutter. Also ehrlich, du bist ge*****t so. Du bist einfach ge*****t so. Seid damit zufrieden. Junge, was heißt Pauna Udat? Brechen Sie ein Datum. Wohin mit dir? Das ist immer noch ein Bürostuhl. Hast du es verstanden? Weißt du, was ein Bürostuhl ist? Digga, meine Lichter empfinden. Ich könnte es ja mal anders im Arsch. Aber richtig im Arsch. Wo soll ich die Kamera hinstellen, Alter? Ich werde behindert hiervon. Dein Video hat meinen Tag versüßt. Besser, du machst solche Videos, als wenn du klauen gehst. Wo klaue ich? Was habe ich geklaut? Hashtag Liebe. Ja, schön Hashtag Liebe. Ich stecke dein Lieber in den Arsch. Wie kann man sich an Drachenlord versuchen hochzuziehen? Ich kaufe dir erstmal einen vernünftigen Rollstuhl. Ich kaufe dir einen ganz, ganz großen B**** für deinen Arsch. Ob ich mich hochziehe oder nicht? Trotzdem hast du das Video angeklickt. Wo ist der Sinn, Digga? Wo ist der Sinn? Soll ich ein Clickbait-Video anklicken oder soll ich das nicht tun? Ich meine, die anderen Clickbait-Videos von mir sind auch nicht so gut angekommen. Warum kommt das so gut an? Warum klickst du da drauf? Das frage ich mich auch. Dein Gott, wie das so auch kommen kann. Warum hat sein verficktes Kommentar 40 Likes? Wer hat sein Scheiß geliked? Welche 40 behinderten, queschen-skeletten Idioten haben seine 40 Kommentare geliked? Äh, seine Kommentare 40 mal gedaumt hoch. Keine Ahnung. Sehr flücht im Arsch. Sehr axas. Wer nennt sich sehr axas? Der Heilige. An deiner Stelle würde ich das ganz schnell sein lassen. Ist dünnes Eis. Da haben sich schon viele die Zähne dran ausgebissen. Und jetzt bitte. Runder vom Grundstück. Das hat er jetzt von Drachenlord, weil er... Es gab so ein Meme, wo er meinte, ja, Runder vom Grundstück. Weil die Leute ihn abgefuckt haben und der wollte einfach seine Ruhe haben. Und dann hat er sowas kommentiert, ja, dein Meme kannst du unter deinen Arsch reinstecken. Ich werde gaaaat sicher damit nicht aufhören. Es tut mir unglaublich leid, obwohl du im Rollstuhl sitzt, versuchst, YouTube zu machen. Erst mal f*** deine Rechtschreibung und f*** deine Mutter f*** und so. Und ich f*** den 48 Leica. Finde es auch gut, dass er trotz Gummibain weitermacht. Nein, f*** deine Mutter, du f*** Saar. Der arme Sinan, keine Beine und trotzdem so motiviert. Ich steck dir mein rechtes und linkes Bein den Arsch rein, bis es vorne rauskommt, du f***. Hat er die Beine beim Achswurf verloren? Das musst du echt zugeben, Digga. Ist schon schon kassel-s*** unterwegs. RW, keine gute Idee, Schwester. Du kannst mir das sehr nervös sein kann. Mach's der Jola, oder was? Den Hintern nach dem Scheißen abwischen. Du musst Klopapier, du musst nehmen, Luke. Nicht das Handtuch, sonst ein Dreckschwein, du bist. Musst du echt zugeben, Digga. Das ist schon krass. Patrick M. Nanji ist aber ganz schön schmal geworden. Was passiert? Ich hab deine F*** gekickt. Das ist passiert. Und dadurch, dass ich dein Junter so aufges***t habe, bin ich ein bisschen dünn geworden. Das ganze Fett ist weg, weißt du? Ich hab ordentlich Schwung gehabt, jo. War heftig, Alter. Es ging ein paar Wochen. Ein paar Wochen hatte ich Spaß und danach wollte ich nach Hause. Weil sie wollte weitermachen. Du F***. Bitte, verlasse uns. Erstmal f*** ich dein Deutsch. Rainer Winkler. Und ich f*** deine 26 Likes. Also die 26 F***-Söhne, die deinen Kommentar geliked haben. Und dann bitte lern erstmal Deutsch. Kostet vielleicht 10 Euro. Oder geh in die Videobeschreibung, da verlinke ich dir das Buch. Knastlord. Oh, Gott mir das. Ich rufe dich. Ein neuer Unglaublicher muss deine Kraft spüren. Ach, das steht Ungläubiger. Ich hab mich verlesen. Tut mir leid. Du F***. Irgendwie kommentieren die noch scheiße. Ich weiß nicht, was mit euch los ist. Musst du echt zugeben, Digga. Waren echt viele F***-Söhne unterwegs. Nein, es ist immer noch ein Bürostuhl. Wisst ihr, was ein Bürostuhl ist? Es gibt Menschen, die so einen Stuhl besitzen. Er nennt sich Bürostuhl. Immer noch. Einmal die drei ohne Zwiebel. Etzala. Aber schnell. Kutzeln Rapper. Bist du witzig. Bist du B*** so. Der Bohrer. Und wenig leiser Geld. Alter, ich schwöre dieses Deutsch. Alter, das weiß ich. Da krieg ich so ein hartes Stimmenbruch. Da beiß ich mir fünfmal auf die Zunge, Alter. Ich schwöre auf alles. Das sah richtig komisch aus, aber egal. Lascha no go. Wenn dein Pfleger dich körperlich misshandelt, solltest du das zur Anzeige bringen. Und du bist ein B***-Söhne. B*** deine Mutter. B*** auch deine sieben Likes. Wer hat den Kanisterkopf, die Kohl... Was-Kohl-Leisten zusammengeklappt? Hier gibt es einfach mal sein Profilbild. Erstmal kurz Deutsch lernen, Deutsch studieren und irgendwie Deutsch lernen. Ich weiß nicht, was er dazu sagen soll. Auch wenn er 13 verfickten B*** und Likes fick ich auch in den Arsch. Ich habe stark seinen Pfleger im Verdacht. Und ich f*** deine Mutter. Du guckst deine Videos, aber machst eine Reaction drauf. Läuft's, wa? Ja, natürlich läuft es. Du guckst es ja. Er hat wenigstens was getan, was du getan, außer versuchst, Licks abzukriegen. Ich habe dein Leben gefickt, du B***. Du guckst auf mein Video. Ich habe deine Aufmerksamkeit bekommen, du B***. Hast du's gecheckt, du B***? Auch wenn du dich darüber aufregst. Trotzdem hast du auf das Video geklickt und kommentiert. Wo ist dein Problem, du B***? Rainer Winkel. Brudi, was stimmt mit deinem Helm? B***. Mein Helm. Was für ein Helm? Das Drachengame ist das falsche Game für dich. Edith. Komisch, jemanden anzukrangern. Was ist dein Wort? Der zu dumm ist, was auf die Reihe zu bekommen. Aber selbst die gleiche Art an dem Tag legen. Ich verstehe nicht, was du meinst, du B***. PS sagt, hört mir das ein Gruß, wenn er bei dir reinballert. Das ist schon krank, Alter. Irgendwelche Rachenblatt-Ruppies und Hater. Kommentiert hinter meinem Video, weil ich B***. Metzinger Metzger. Was für ein Name. Was sind das für Namen, Junge? Der hat mein Gehirnmaß genommen. B***. Wirkt irgendwie ein bisschen unsicher, der Gute. Findet ihr nicht? Trotzdem bist du ein B***. Hitzkunst. Aber weniger leiser Geld. Was ist das für ein Deutsch? Was ist mit dem? Also, dass er im Rollstuhl sitzt, weiß ich. Trotzdem bist du ein B***. Aber ist der zusätzlich blind? Egal, löscht dich. Ah, B*** dein Leben, Alter, du B***. Ich schwöre, das haben wir gebraucht, Wallah. Du hast ein komisches Profil, bitte. Riech, Angst. Bist du Etzala? Der Bruder von Dunkel. Von dunklen Parabelritter. Schön, dass beide Augen funktionieren. Er ist an B*** dein Deutsch und an B*** dein Kommentar, du B***. B***. Bist du beim gleichen Kiefer-Autopäde-Video wie Rainer? Bist du witzig, du B***. Hahaha, nachschaue ich seine Videos und was ist dann das hier? Junge, hahaha, witz, klicks machen, war? Ich B*** dein Kommentar, du B***. Mal vom Ruiner abgesehen und deinen Bescheuerten. Versuch dich an seiner kaputten Existenz hochzuziehen. Ja, er ist so kaputt wegen euch F***-Söhnen, weil ihr so eine Scheiße abzieht bei ihm. Deswegen ist er so kaputt. Der arme Kerl ist froh, wenn er von euch wegkommt, Alter. Bestimmt bereut er es sogar, dass er YouTube gemacht hat, wegen solchen F***-Söhnen wie euch. Also, schon krass, Mann. Nur weil irgendein Post hat, er in der Adresse gelegt hat, kommt so eine Scheiße auch noch. Also, schon krass, Mann. Da frage ich mich zweimal, ob ich so eine Community haben möchte, die so eine Scheiße schreibt. Es gibt Hater wirklich und die haben alles Maß genommen. Also, die haben wirklich alles gefickt. Ich muss schon echt zugeben, es gibt Menschen, die sind echt krank. Du kritisierst dein Video, aber sagst mehrfach, dass die Überschwemmung in Sachsen ist. Das mag stimmen, aber dann hätte dein Video 2002 veröffentlicht werden müssen. Ja, sorry, du bist ein bisschen zu spät dran, du F***. Dein Video ist somit mindestens genauso peinlich wie der Naht selbst. Lisch dich bitte, das ist für alle das Beste, besonders für dich. Dann kommentier mir, du F***. Die Leute, die trotzdem auf das Video klicken, obwohl sie das nicht mögen, das sind die geilsten. Also, denen wünsche ich echt, dass die ein bisschen Gehirnzellen bekommen, das sind so kaputte Menschen einfach. Und die nächste Maske stolpert ins Game. Du Wahnsinn, Gääh. Du bist nicht der jährliche Blue Kid, den es. Was ist das für ein Deutsch, du F***. Auch wenn du nur ein Türke bist, wird dich der Kotmidas treffen. Erstens bin ich kurde und kein Türke, du F***. Sohn. Und nimm dir das Kommentar, du F***. Sohn. Das Video nimmt schon fast eine halbe Stunde auf, bei einer halben Stunde das Maximum mache ich. Dein Gesicht verschmuckt das Internet und du bist ein F*** und ohne Profilbild. Ja, Leute, scheiß drauf, ich habe genug Kommentare vorgelesen von den F*** Söhnen. So, Freunde, an der Stelle, ich hätte keinen Bock mehr auf diese behinderten Kommentare. Auf solche Kommentare sollte man eigentlich überhaupt nicht eingehen, aber ich mache es trotzdem. Ich habe einfach Bock gehabt. Abonniert meinen Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt, dass 50.000 Abonnenten knacken. Bei 1.000 kommt ein Abonnenten-Special online. Es ist schon bereits fertig gemacht und haut einfach rein. Haut einfach rein. So, Freunde, bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.